hallo und herzlich willkommen ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute ist das handy spiel stage of survivors mir in den weg gut dann will ich das jetzt 20 minuten spielen jetzt habe ich das spiel downgeloadet und schauen was da kommt musik machen wir wollen ja etwas hören ich glaube das wird das letzte spiel sein was ich installiert habe weil meine 60 gigabyte sind schon voll oder ich werde noch mal ein paar spiele runter hauen die 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 ich glaube das waren menschen ich habe mich überrascht Das ist es. Überspringend, überspringend. Überspringend, überspringend. Überspringend, überspringend. Überspringend, überspringend. Überspring, überspringend. Überspring, überspringend. Überspring, überspringend. Überspring, überspring. Überspring, überspring. Überspring, überspring. Überspring, überspring. Oh, der Hund, nein, der darf nicht sterben. Da ist der Boss, der Zombie-Boss. Der Zombie-Boss. Let's head back. Good news, those infantry are ready. Okay, let's head back. Oh, okay. Ich bin jetzt gerade erstmal hier die ganze Zeit am umklicken, was mir gesagt wird, was geklickt wird. Also es scheint ja jetzt so ein Aufbauspiel zu sein, wo du manchmal so Gebiete erobern musst. Ja, bislang geht das Spiel. Das Spiel ist jetzt nicht so für mich der große Hit, sag ich jetzt mal. Oh. Da ist noch ein roter Punkt. Militär. Da ist noch ein roter Punkt. Wo kann ich das hinsetzen? Da oben. Oh, was da hin. Also was ich downgeloadet hatte war ein 200 MB Kurs. Also sehr kleine Spiel. Aber ich glaube, durch das Update, was da noch kam, kam ein bisschen mehr. Da. Okay, da drauf. Da drauf. Und das letzte. Oh, ich hab's geschafft. Jetzt geht's weiter mit dem hier, upgraden, zack, einfordern, den hier, erobern, herausfordern, jetzt rennen wir rein, kämpfen gegen ein paar Zombies. Hey. Hey. Das war's schon? Was? Ach Mensch. Na gut. Wir haben jetzt das Spiel gesehen, wie das Kampfmodi ist. Ich hab da noch gesehen, wenn die Basis gut aufgebaut ist, wird die Basis immer angegriffen durch Zombies. Mal schauen, wie das wird. Ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern. No. Dann will ich mal jetzt das Spiel beenden. Jawohl. Wirklich beenden. Mein Ticket einsammeln. Mein Ticket einsammeln. Zack. Und ich werde gleich mal das hier spielen. Das habe ich ja noch installiert. Dann nehme ich beim Stundenspiel teil, wo alle zwei Stunden ein Ticket kommt. Also so ein kleines Geschenk kann man gewinnen. Ich habe gestern schon mal dran teilgenommen. Mit Informationen. Habe ich denn gestern was gewonnen? Du nimmst teil, aber nichts gewonnen. Ah, das kommt jetzt zuerst. Nächste Stunde. Da nehme ich noch teil und da wird es ausgewertet. Na gut. Dann würde ich mir sagen, das war es für heute. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal nächstes Mal dabei seid. Bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao.